Das Problem ist das, was uns sehr realistisch von den Bildern und von der Steuerung, mein Auto kaputt ist, fährt es auch nicht mehr. Das ist realistischer als andere. Du brenterst da richtig rüber, Schatz. Das ist realistischer als andere. Aber ich mag eher so Kinderspüle oder was die Steuerung einfacher ist. Ja. Weil die Lenkung des Anstrichs ist schwer immer bei Autos, wenn ich spiele. Und das ist halt... Wenn man es drauf hat, natürlich ist es einfach... Bist du okay?